Durch die folgenden drei Videos wird sie nun Johanna Taufner begleiten. Johanna Taufner forscht aktuell unter anderem zur Demokratiebildung, geschlechterreflektierter politischer Bildung und Partizipation im Kontext der Digitalisierung. Zuvor war sie Mitarbeiterin im von Dirk Lange erwähnten Projekt ERUM. Das nun folgende zweite Video dieser Lektion bietet eine Einführung in die komplexe Welt der Fake News. Der Begriff ist überall. Doch was bedeutet Fake News eigentlich? Was sind Desinformationen? Warum verbreiten sie sich so schnell? Und wer profitiert davon? Und welche Rolle spielen dabei unsere Emotionen? Im folgenden Video beschreibt Johanna Taufner die Herausforderungen, die Fake News, Desinformationen und Online-Hass für die politische Bildung darstellen. Sie wird ihnen helfen, manipulierte bzw. erfundene Inhalte besser erkennen zu können und sie dabei unterstützen, in ihrem Online-Alltag angemessen damit umzugehen. Und das sind keine Fake News. Versprochen. Die massive Verbreitung von Online-Hass und Fake News und damit meine ich manipulierte und erfundene Inhalte, also das können Fotos sein, Videos, Tweets, Memes und so weiter, stellen die politische Bildung insbesondere durch die Art ihrer Beschaffenheit, also der Tatsache, dass diese Inhalte einerseits dezentralisiert sind und andererseits aus einer komplexen Verknüpfung von technischen, diskursiven, ökonomischen, politischen, sozialen und emotiven Elementen bestehen vor neuen Herausforderungen. Um zu begreifen, warum bestimmte, manipulierte oder gefälschte Inhalte so erfolgreich sind, ist es essentiell, sich eben dieser Dezentralität und dieser Komplexität zu widmen und diese zu verstehen. Dieses Video soll ihnen dabei helfen und ihnen eine Einführung in die Welt von Fake News geben. Aber was bedeutet der Begriff Fake News eigentlich? Der Kommunikationswissenschaftler Ian Riley erläutert und problematisiert die universelle Verwendung des Begriffs Fake News. Also auf der einen Seite wird der Begriff insbesondere von rechtspopulistischen und rechtsextremen Personen und Gruppen instrumentalisiert und ein anschauliches Beispiel ist hier zum Beispiel die Rhetorik des 45. Präsidenten der USA, Donald Trump, der den Begriff verwendet und verwendete, um kritischen Journalismus zu delegitimieren. Aber auch im deutschsprachigen Raum finden wir Begriffe wie den der Lügenpresse, der insbesondere in der Pegida und der AfD-Rhetorik aufgegriffen wurde. Auf der anderen Seite wird der Begriff verwendet, um auf die Normalisierung von manipulierten oder erfundenen Inhalten zu verweisen. Die Kommunikationswissenschaftlerin Claire Wardle weist im Weiteren darauf hin, dass es sinnvoll ist, bei manipulierten und erfundenen Inhalten nach der Intention der VerfasserInnen zu fragen. Bei unseren Projekten am Zentrum für LehrerInnenbildung machen wir das ebenso und unterscheiden zwischen den Begriffen Falschinformation und Desinformation. Falschinformationen meint Informationen, die nicht richtig sind, aber deren Intention nicht Irreführung oder Manipulation ist. Ein Beispiel hier wäre schlechte Recherche im Journalismus, die dazu führen kann, dass sich Fehler einschleichen. Desinformationen hingegen sind gefälschte oder erfundene Inhalte, deren Intention es ist, zu indoktrinieren, zu täuschen oder zu manipulieren, um einerseits politische und unterwirtschaftliche Ziele zu erreichen, andererseits um diskriminierende, also rassistische, homophobe Inhalte zu verbreiten. Aber warum können sich Desinformationen eigentlich so schnell und so weit verbreiten? Desinformationen sind einerseits in ihrer Verbreitung so innovativ, weil sie nach Woolley und Howard stark von der Entwicklung neuer Technologien abhängig sind und andererseits, weil die Verbreitung durch verschiedene AkteurInnen, die hier vernetzt sind, stattfindet. Das steht zum Beispiel in Abgrenzung zu einem klassischen Top-Down-Modell von einer anderen spezifischen Form der Verbreitung von Desinformation, nämlich der Propaganda, die historisch ein, wir könnten sagen, one- oder a few-to-many-Modell war. Also typischerweise eine Person oder eine Handvoll Personen manipulierte oder erfundene Inhalte erstellt und dann an die Gesellschaft verbreitet hat. Heute könnten wir sagen, es ist ein one-to-many-to-many-more-Modell. Vanles und Birch sprechen darum auch von der Participatory-Propaganda. Zusätzlich zu diesem Netzwerk aus verschiedenen menschlichen AkteurInnen haben wir es nun noch mit der Entwicklung neuer Technologien zu tun, also technischen Akteuren wie Algorithmen, die zum Beispiel programmiert sind, als eine, und ich zitiere hier Fechner, Sequenz von Anweisungen zur Durchführung eines Arbeitsablaufs oder zur Lösung eines Problems. Das bedeutet, dass Algorithmen unter anderem dazu dienen, die Inhalte, die sich auf Social Media befinden, für NutzerInnen nach bestimmten Kriterien, zum Beispiel wie der Häufigkeit, wie oft ein Account geliked wurde oder dem Klickverhalten von NutzerInnen und so weiter und so fort zu sortieren. Eine weitere technische Entwicklung von vielen, ich gebe hier lediglich eine Auswahl, sind Bots. Bots sind vollautomatisierte NutzerInnen-Accounts, die programmiert wurden, um selbstständig zu agieren. Sie benötigen, nachdem sie fertig kodiert wurden, kein menschliches Intervenieren und können selbstständig zum Beispiel kommentieren, Inhalte teilen und so weiter. Und neben diesem Netzwerk an Personen und neuen Technologien spielen noch andere Faktoren eine zentrale Rolle für die Verbreitung von Desinformationen, nämlich Emotionen. Aber welche Rolle können Emotionen in der Verbreitung von Desinformationen eigentlich spielen? Emotionen sind nach Fox gute Motivatoren. Das bedeutet, wenn ich etwas lese oder höre, das in mir starke Gefühle wie Wut oder Angst, aber auch Freude auslöst, dann werde ich viel eher darauf reagieren, als etwas, das mich emotional nicht bewegt. Gerade wenn wir uns mit manipulierten Nachrichten beschäftigen, ist eine Auseinandersetzung mit Emotionen zentral. Das macht auch die Medienexpertin Ingrid Brodnick in ihrem Buch Lügen im Netz deutlich, aber auch die Linguistin Ruth Wodag in ihrem Text Politik mit der Angst, in dem sie die Angst- und Wut auslösenden Inhalte rechtspopulistischer Diskurse analysiert. Denn Inhalte, die Wut auslösen, werden häufiger geliked und das beeinflusst wiederum den Algorithmus von TikTok, Instagram oder YouTube, diesen Inhalt öfters verschiedenen UserInnen zu zeigen. Das steigert wiederum die Verbreitung dieses Posts, der nun vielleicht auch von etablierten Medien aufgegriffen wird und kommentiert wird. Das bringt wiederum Unternehmen Geld, die zu diesen Posts ihre Werbung schalten und von hohen Klickzahlen profitieren. Das bringt wiederum Social Media und deren AktionärInnen mehr Geld aufgrund höherer Werbeeinnahmen und so weiter und so weiter und so fort. Ich könnte dieses Zusammenspiel endlos fortsetzen. Desinformationen arbeiten mit diesem Phänomen, weil sie meistens so geschrieben oder gestaltet sind, dass sie sehr reißerisch sind und Angst oder Wut auslösen. Da gibt es dann bedrohliche Bilder zu sehen und angstentflößende Schlagzeilen. Und gerade Bilder funktionieren in diesem Kontext sehr, sehr gut, weil unser Gehirn schneller und einfacher Bilder verarbeiten kann als zum Beispiel Texte. Sie erzeugen somit viel mehr Aufmerksamkeit. Auf ein Bild, das so gestaltet ist, dass ich wütend oder ängstlich werde, werde ich viel eher reagieren als auf eine sachliche, verschriftlichte Berichterstattung. Aber wer profitiert von der Verbreitung von Desinformationen eigentlich? Auf der einen Seite profitieren Menschen, die durch die Verbreitung bestimmter Hassnachrichten und Desinformationen durch zum Beispiel Werbeeinnahmen Geld verdienen, deren politische Botschaften dadurch verbreitet werden und die damit an Aufmerksamkeit gewinnen. Auf der anderen Seite schadet die Verbreitung von Hassnachrichten und Desinformationen den demokratischen Austausch und schürt Hass und führt zu einer verstärkten Diskriminierung und Gewalt gegenüber marginalisierten Gruppen. Dazu zählen Frauen, die LGBTIQ-Community, schwarze Personen und People of Color. Was können aber nun NutzerInnen gegen die Verbreitung von Desinformation tun? Gut, ich habe in diesem Video drei Aspekte von Desinformationen vorgestellt, die NutzerInnen anleiten können, der Verbreitung von Desinformationen entgegenzuwirken. Erstens Intention. Manipulierte und erfundene Inhalte werden erstellt, um diskriminierende Inhalte zu verbreiten, politische und oder wirtschaftliche Ziele zu verfolgen. Zweitens Emotionen. Dass Inhalte, die desinformativ sind und oder Hass im Netz verbreiten sollen, oft hochemotionalisierend gestaltet sind, weil Gefühle wie Angst und Hass Menschen eher dazu verleiten, zu reagieren. Drittens Profit und Schaden. Dass einerseits Personen davon profitieren, wenn ich bestimmte Inhalte kommentiere, like, teile, indem sie Geld durch Werbeeinnahmen verdienen, ihre Popularität steigern oder ihre politisch motivierte oder diskriminierende Botschaft verbreitet wird. Andererseits marginalisierte Gruppen verstärkt Opfer von Diskriminierung und Gewaltherden. Zusammenfassend sollten sich somit NutzerInnen, bevor sie auf einen Inhalt reagieren, durch liken, teilen, kommentieren oder einfach darüber sprechen, zuerst immer die Frage stellen, welche Intention hinter der Produktion dieses Fotos, Memes, dem Video und so weiter steht. Welche Gefühle der Inhalt in einem auslöst und wer davon profitieren bzw. wem es schaden könnte, wenn dieser Post weiter verbreitet wird. Im Video 3 dieses MOOC-Kapitels, Manipulation, Strategien und Medienkompetenz, stelle ich Ihnen den Wiederholungseffekt und Bias, also die kognitive Dissonanz vor. Das sind psychologische Phänomene, die den Menschen dazu verleiten können, eher auf Desinformationen hineinzufallen. Eine Liste mit hilfreichen Quellen, die Ihnen beim Debunken von Desinformationen helfen können und Organisationen, denen Sie Desinformationen melden können, finden Sie zusätzlich im MOOC bei den weiterführenden Links. Vielen Dank. Vielen Dank.